Dennis Daube. Ja, das Bielefeld-Spiel war natürlich sehr, sehr kurios. Ich denke, es war natürlich sehr, sehr bitter, dass wir in der 90. Minute das Tor nicht gut geschrieben bekommen haben. Aber so ist das manchmal, dass Fehlentscheidung gegen einen laufen. Ja, natürlich sehr, sehr kalt. Es dauert ein bisschen länger, bis man dann warm wird, aber dann geht's. Ja, die neuen Spieler machen beide einen super Eindruck, sowohl menschlich als auch fußballerisch. Boah. Mein Lieblingsgegenspieler? Mein Lieblingsgegenspieler Lasse Subic, weil ich mich sowohl auf dem Platz als auch neben dem Platz überstehe. Fortuna Düsseldorf kommt als Tabellenführer hierher. Ich denke, sie treten sehr, sehr selbstbewusst auf. Aber wir haben jetzt mehrere Spiele in Folge nicht gewonnen. Wir wollen jetzt unbedingt wieder zu Hause spielen. 3-1.